Hab ich's auch? Ich hab's doch weit unten, deswegen, ich versteh das nicht. Ich kann dir nicht erklären. Mann, 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 ey. Ich versteh auch nicht, warum sie diese... nicht diese... für Mikrofon diese... diese Schaumstoffdinge wieder vorm Mikrofon machen, ey. Wo mir das als nächstes... Ja, ich meine... Hab ich mir auch schon überlegt, sowas zu holen? Voll auf Eier mit... Weil das Headset-Team voll auf den Sack da immer auf den Kopf und... Aber das ist halt auch wieder so eine Geldfrage, kostet einen Haufen Kohle. Scheiss. Kann ich mal ein teures sagen. Hallo! Ja, aber wenn du ein gutes haben willst, dann musst du schon... ja, ein bisschen mehr reinstecken. Also mindestens 100 Euro. Aber was weiß ich nicht gut? Doch, das reicht vollkommen länger, ey. Doch. Nee, garantiert nicht. Garantiert schon. Nee, auf keinen Fall. Was denn, nu? Nein, ja, ja, nein. Diese... die Billigteile, die kannst du eine Tonne klauen, weil die übersteuern rucki zucki. Wer redet denn von... von... was ist denn bei dir billig, bitte? Jetzt mal ganz ehrlich. 100 Euro ist billig, bitte. Ach, was... Wir sollten alle... Und wir wollen hier noch ein bisschen... ...kann uns fliegbar machen... ... und die Afrika... ... und die Afrika... ... und die Sorte haben... ... und die Sorte haben... ... und die Sorte haben... Hallo? Ja, hallo? Hi. Wollte grad sagen, voll ungestressen auf einmal nichts mehr. He? Was ist jetzt los? Patrick oder was? Ich weine! Mit so viel Vorhinein und Sklaven in der Garnisol kann man immer ein wenig Spaß haben! Ich dachte Patrick wurde... Du hast ja lange Battlefield gespielt. Ja ich hab vorher auch schon Battlefield, aber ich will das nicht so schnell durchzupen. Ich hab da noch Zeit. Aber ich hab mir überlegt vielleicht nochmal Dings zu trocken hier. Multiplär. Patrick, du hast es ja nur für Konsole gehabt, Battlefield. Sie wühlen in Udun, der Herd. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in dem die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmiede. Alter Schmiede ey! Was sie brauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie auf die Ruhe frei den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort. Doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte was du siehst. Die Kampage ist geil bis jetzt bei Battlefield. Da kann ich mir nicht für klagen, Tom. Das wäre sogar für dich was. Geil. Du willst ja auch mal Battlefield. Dann können wir alle mal zusammen Battlefields. Na hol mal. Ich hole es mir erst mal, wenn ich mir eine neue Grafikkarte hole. Dann werde ich es mir holen. Warum kann das jetzt auch genießen? Könnte. Weil ich will solche Spiele nicht da auf Flow spielen. Da habe ich keinen Punkt dafür. Okay. Hast du mal in der Kamera auch ein Mikrofon dran oder nicht? Ja. Vielleicht musst du mal das Mikrofon austesten, wie das so klingt. Ja, dann schalte das doch so. Ja nicht. Also bei mir klingt das übelst scheiße bei meinem Lobbytech da. Aber ich weiß nicht, wie das bei dem Ganzen heute nicht passiert. Na mein Mikrofon klingt auch scheiße von der Kamera. Aber das ist ja eine bessere Kamera jetzt mittlerweile schon die Art. Deswegen sage ich ja. Das vom Tom ist ja eine bessere Kamera. Das vom Tom ja. Ja, von Rico. Von Rico, Entschuldigung. Das vom Tom ist auf jeden Fall besser. Ja, auf jeden Fall garantiert. Hat er recht. Ich habe gehört, jetzt hat er mit mir. Und wann kam die Kamera? Ähhhhhhhhh. Ich glaube schon. Und da warst du schon zuhause? Ja logisch. Zuhause gewesen. Ja heute. Oh. Fertig? Ich hab nur den Einschaltstreifen da fertig. Ich hab gehauen. Ich weiß jetzt muss ich jetzt mal gucken. Wir ändern die Einstellung für Startzeit. Niemals ohne ihre. Stellen sie Oberpause aus. Das ist die Frage. Wo steht das? Freaking up. Up. Ja, das ist ganz einfach. Du musst ja bloß dein Mikrofon austauschen. Bei OBS. Und dann im TS. Mehr ist das ja nicht. TS? TS oder auch im Dings. Nein, wir hören dich nicht wieder drauf. Ich wollte kurz sagen ey. Ich bin grad fast zum Irre geworden. Warum ihr mich nicht hört ey. Wir sind schwer beschäftigt gerade. Das ist deswegen. So. Jetzt habe ich das Mikrofon von der Kamera. Uah pfüchteifel. Echt? Hört sich ekelhaft an? Ja. Aber übel. So. Jetzt geht. Geht nicht oder geht? Ey, das ist über Mikrofon. Wie bei das andere klingt das besser. Jetzt halt das so. Und tut man dich schon alles drum und dran. Aber man hört halt dein Handy. Hört man jetzt im Hintergrund wie wir reden. Also. Was für ein Handy? Ich habe noch nicht mal ein Handy laufen. Toll. Hört man dann da doppelt? Weiß nicht. Ist das wie der Dings hier? So, jetzt habe ich jetzt wieder das normale eingestellt. Nö, die Lumpen ist das nicht. Ne, ich habe Pushten Talk drin. Ey. Ich habe jetzt wieder mein normales RZ-Mikro. Ja, das ist besser so. Komisch. Oh, jetzt muss ich meinen Sohn noch schnell fertig machen. Über Jahre standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Ja, für Aufschwander. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythm. Laufschutzteil. Ja. Gab's doch früher immer. Aber haben sie es jetzt nicht mehr. Kosten sparen. So vom Leben her ist es halt nicht gut. Ist der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers? Ränge Schnaufe. Ja, Patrick. Das hast du mir schon hunderttausendmal gesagt. Was soll ich denn daran ändern? Kann daran nichts ändern, Leute. Kann daran nichts ändern, Leute. Kann daran nichts ändern, Leute. Was denn? Du bist ja nicht böse. Du bist ja nicht böse. Aber ich habe es auch immer so. Ziemlich dran gehabt. Okay. Oh, ich bin. Hat er jetzt schon Schuss? Haha. Oh, ich brauche Hilfe. Das ist ja auch immer so. Oh, ich bin. Oh, Gott. Ich hab's überhaupt nicht. Ich hab's zu laut hier. Ja, der entgegen Zahn ist zu laut. Ich hab's gehört. Das sollen ja alles so etwas mitnehmen. Oh, lass mich so. Ich hab's zu Quatsch aber. Das ist die ESO-Spiel, wo du weniger quatschen sollst heute näher von der Geschichte. Wir quatschen, das ist auch scheiße. Da gibt es doch auf Twitch so ein... Lass mir noch was übrig! Halt! Halt! Ich komme ein andermal zurück, und dann wird dir das auch sehr leid tun! Ekelhaft mit Schweren. Halt! 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 Scheiße, ich steck so tief im Wasser-Atlet, das kommt schon raus. Ich hab auch noch nie auslaufen, ne? Ja, normalerweise hätte ich die ganze Woche auslaufen können, ich hab wohl auch mal. Halt! 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 Kann ich nicht! Weil ich eventuell bin! Das served ich! also ich hab' nur Wuschen. Das ist schon nicht Angels. Du bist kein Vogelmenschlein! Komm runter, wo du hingehörst. Halt! Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Ich habe eine Menge neuer Schwerter, die ich ausprobieren, da hat sie ja auch einige Änderungen. Ich habe sie gehört, ich habe sie gehört, ich habe sie gehört. Wenn ich auch nur das kleinste Anzeichen des Waldläufers spüre, werde ich ihnen die Knie zwingen. Prost, Patrick. Wie heißt denn dieser scheiß Channel? Da gibt es so einen Unterhaltungs-Channel, also so die Art, die du streamst, weißt du, diesen Channel dann. Vielleicht bloß nicht jemand, es gibt diesen Kreativ, dann gibt es noch eine Musik und... Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Und Tom, hast du ein bisschen Battlefield mitgekuckt? Als sie uns hier treffen werden, mitten auf dem Kiefer und so oft wie sie können. Was? Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus gründen wir Mord aussehen und zuschlagen, wenn es nötig ist. Wegen dem Channel jetzt, oder was? Ja, ja. Wofür heißt das? Ich glaube A-I-F oder A-I-L oder so heißt das. Ja, ich habe dir zugekuckt über Battlefield. Hab das so gesehen. Und? Hat dir gefallen? Ja, okay, ich habe das ja schon gesehen, wie bei einem anderen Streamer. Aber die scheiß Luftschlachten, das war schwer, Alter. Hier, Talkshow, jetzt halt. Ha! Nur ab für alle da sein. Talkshow heißt das. Arztusch. Arztusch. Die Ahel war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläucher werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Leute, ich bin wenigst bei Talkshows. Talkshow. Ja, ich wohle. Ja, ich wohle. Ich bin zufrieden mit deiner Kamera. Ich habe noch keine Videos. das auswänden wenn du vollbild hast die qualität also ich habe das auf 1080p eingestellt ja das kommt ja sowieso ein endeffekt darauf ein wie du den stream eingestellt hast das ist ja nur 2020 2020 ja das ist jetzt das dauert nur sowas das ist auch schwieriger als neuer weil es ja sowieso ein tausend anderes das sagt ihr das